Achso, bei einer halben Million. Alles klar, Digga. Dann ist das erledigt. Welches Level bin ich gehobt? 200 irgendwas, oder? 250 oder so. Sachen? Segen des, verehrte... Siehst du? Okay, also man kann sich boosten, aber nur im DRC. Den müsste ich schade finden. Wäre geil gewesen, wenn man Boost aus dem DRC natürlich mitgenommen hätte. Hier ist auch irgendwas drin, Digga. Das kannst du mir nicht erzählen. Hier sind irgendwelche Türme, Digga. Hier ist so irgendein scheiß Geheimnis. Ich bin safe, um irgendein Geheimnis zu holen. So, mit diesem Turm. Da muss man auch irgendwie reinkommen können. Also den Golem zu machen als erstes, fände ich eigentlich dumm. Dumm. Achso, wir machen jetzt aber erstmal, wir verbessern unsere Geisterasche. Finde ich komisch, dass ich zweimal... Irgendwas gefunden habe. Wir werden auf jeden Fall keine... Keine Tipps und Tutorials machen. Für, ähm... Das DRC. Die... Also erstmal nicht. Ist nicht in Planung. Dafür ist einfach keine Zeit da, Digga. Mit irgendwelche YouTube-Videos zu drehen. An sich finde ich den Look schon mal geil. So. Mal gucken, wie wir da nach oben kommen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, wie wir das tun. Äh... Um... Nicht umsonst. Der... Eldenlord. sterben tut jetzt auch nicht so ganz schön damage mit dem komischen stein was alter was sind das für ein bug nur bei deiner wand steht dir gar nicht super irritiert mich die ganze zeit dass ich meine meine asche rufen kann krumpfinger auch die frage ob ich irgendwelche leuten helfen kann wahrscheinlich kann ich leuten helfen den den golem zu machen das hätten wir machen sollen das könnte man wirklich machen unsere zeichnung wohin malen aber eigentlich problem ist dass mein internet ja nicht die richtige nattyp hat deswegen ist das ja schon echt behindert man sich habe ich eigentlich habe ich erwartet muss ich ehrlich sein du kommst ins die erziehen tasten baust vor dir also hier der golem ist krass so das crazy aber da hast du dich ja das kann man machen ich glaube der sinn und zweck ist aber hier hoch zu gehen gucken wir mal klingeln der gnade ja achte um objekte oh cool danke bro dass du mir das sagst wäre ich sonst nicht so drauf gekommen so die frage ist hier noch mal objekten ja nur hier dann ist das irgendwie abgearbeitet bin ich irgendwie eben noch ein Ja, ist die Frage Probieren wir ein Netz hin, jetzt waren wir hier Ich würde eigentlich gerne einfach straight nach links laufen Ehrlich gesagt Ich glaube, das machen wir auch einfach mal Was ist denn das? Was ist das, was er aus dem Boden guckt, Digga Also, wir müssen noch mal Ausrüstung gucken, was wir für Ringe anhaben Für kürze Zauberzeit Wir haben das mit den Rugen ja noch dran Okay, dann müssen wir dran denken, dass wir Noch stärker sein können Bei Bosskämpfen und so Was hat die denn, Digga? 1.500 gibt es dafür What the fuck Kriegt der für einen Orden, wenn die alle Töte hat? Ach, die hauen nur zu Was ist das für eine Waffe, Digga? Ist das für eine Waffe, Digga? Kann ich auch gut STRANGE, Digga ich habe mir ein item sticker versteckt das ist ein scheiß viel sonst ist es hier nicht mehr ein bisschen enttäuschen warum ist noch ein schafsbock und der Viva Gegner das ist hier nicht rein oder? unser erster Boss Das war's. No! What? GG, Digga. Ich kriege da mal eigentlich die Risse. Dann... Können wir uns nicht boosten? Gab's nicht noch irgendwas zum boosten, Alter? Verleiht... Ja, hier. Ja. Nein, Mann! Oh, fuck, Digga. Weil ich mal eine scheiß Un haben wollte. Hm. Okay, crazy, Alter. Endlich mal wieder ein Endboss. Der uns so ein bisschen erschaudern lässt. Aber es ist wahrscheinlich einfach nur ein kleiner Boss. Also... Also... Alle, die sagen, Magic ist so... The way to go. Ja. 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 Grabe. Halt mal. Nein. KA Wir scheißen jetzt mal auf das Ding Fuck, er ist zu schnell, wa? Scheiße, die Boss werde ich auf jeden Fall noch besiegen heute Vielleicht muss ich mir noch so ein Knäcke Ding holen Mann, dicker, Alter Mann, das ist einfach, ich bin einfach zu langsam Der Ritter der Einsamkeit Machen wir ihn da Ich würde fast sagen, dass das am sinnvollsten ist Wir dodgen seinen ersten Angriff Der Ritter der Einsamkeit 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 Das war's. Mann! Eigentlich, Alter. Ein Fixer. Ruchschwert der Einsamkeit. Ja, brauche ich halt alles leider nicht.